Sehr schön. Das war Shubyai von Trilog Yurtu. Du hast schon ein wenig kennengelernt. Ähm, genau. Das nächste Stück ist ein alter Gassenhauer von Tane Goodness. Ein quintolisches Stück, genauso wie Euroblas, auch quintolisch. Alles durch fünf, immer alles durch fünf Teilen. Was mir auch immer, eins Abendessen geht alles durch fünf Teilen. Auch ein Viertel immer durch fünf Teilen, das ist klar. Samstag, Anfang. Viel Spaß. Diesen Sein 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 Se Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020